Über 300 Gäste waren Anfang Dezember ins Dresdner Internationale Kongresszentrum zur Alternativen Energiekonferenz der FDP-Landtagsfraktion gekommen, um über die künftige Energiepolitik in Deutschland zu diskutieren. Im Mittelpunkt die Wettbewerbsfähigkeit, stabile Preise und betriebswirtschaftlicher Sachverstand. Die Alternative Energiekonferenz ist dabei Teil der Veranstaltungsreihe Fortschrittsoffensive der FDP-Fraktion. Die Reihe setzt sich zweimal im Jahr mit komplexen aktuell politischen Themen auseinander, um gemeinsam mit Fachleuten Denkanstöße für die tagespolitische Debatte zu geben. Dabei sollen bewusst alternative Sicht- und Denkweisen zu Wort kommen. Eröffnet wurde die Alternative Energiekonferenz von Fraktionschef Holger Zastrow. Er warb vor allem dafür in der Debatte um die Energiewende, endlich zur Vernunft und Maß zurückzukehren. Tschechien hat entschieden, in Zukunft mehr auf Atomenergie zu setzen, Atomenergie auszubauen und regenerative Energien sogar zurückzufahren. Ich bin mir persönlich nicht sicher, ob es wirklich gut ist, dass man angesichts solcher Entwicklungen, angesichts der Tatsache, dass es glaube ich in Europa noch 195 Atomkraftwerke gibt, dass man in Deutschland aus der Kerntechnik aussteigt, wo wir doch gerade in Dresden in der Frage der Kernsicherheitstechnik europäisch oder weltspitze sind. Laut Zastrow ist die Energiewende, so wie sie jetzt stattfindet, übereilt von Hysterie getrieben und damit schlichtweg falsch. Mit Blick gerade auf den Ausbau der Windenergie sprach Zastrow von viel heißer Luft, Planwirtschaft und damit Kosten, die Deutschland als viertgrößte Volkswirtschaft schwächen. Man kann ja aus der Atomenergie aussteigen, da habe ich Verständnis dafür, aber es muss geordnet sein, es muss langfristig sein, es darf wieder die privaten Haushalte noch den Industriestandort überfordern und es darf auch kein Alleingang Deutschlands in Europa gehen. Wir reden alle über Europa, wir helfen in Europa, Deutschland, gerade eben Griechenland, aber in der Energiepolitik machen wir etwas, was kein anderes europäisches Land mitträgt und schaffen dafür auch Probleme, zum Beispiel in Polen, in Tschechien, in unseren Nachbarnländern. Das kann so nicht sein, wir brauchen da Produktoren. Während in Europa 18 neue Kernkraftwerke gebaut und 110 weitere geplant sind, verabschiedet sich Deutschland von stabiler Energieversorgung, ausgereifter Technologien sowie dem Status Exportland Nummer 1 zu sein. Wir halten einfach die Hand vors Gesicht, in der Hoffnung nicht gesehen zu werden, so Antonio Hortado, Professor für Kernenergie-Technik an der TU Dresden. Mit wissenschaftlichem Sachverstand und an Fakten orientiert, mahnte Hortado deshalb zu sinnvoller Wirtschaftlichkeit. Sein Fazit, Politik und Wissenschaft müssen dringend Hand in Hand gehen, um ein zukunftsfähiges, stabiles und tragbares Energiekonzept umzusetzen. Unseren Studenten, die würden wir nach Hause schicken, sofort, wenn sie uns ein solches Konzept, das so wenig überlegt und durchdacht ist, präsentieren. Wir würden sie nach Hause schicken, würden sie bitten, doch nochmal die Situation zu überdenken, eine Ausgangssituation mal zu formulieren und doch mal die Technologien zu bewerten, die hier die Grundlage bilden für diesen Transformationsprozess. Nur auf Simulationen und Anfangsparameter zu setzen, reiche nicht, so der Wissenschaftler weiter. Wir müssen sauber sein in dem, was wir da tun und die Politik muss sauber sein und muss die Wissenschaft fordern, aber sie muss ja auch dann hören darauf, auf diesen Strauß an Lösungsmöglichkeiten, die die Wissenschaft anbietet und sich nicht dann den Strauß anschauen und sich doch für eine andere Blume entscheiden, von der sie nicht weiß, wie sie zu gießen ist und ob es, selbst wenn sie sie gießt, zu einer größeren Blume oder gar zu einem Baum werden kann. Also hier müssen wir wirklich, wirklich alle gemeinsam darauf achten, dass wir nicht Dinge einfach tragen, mittragen, weil sie sich gut anhören, sondern kritischer werden. Und welches Land besser als Deutschland wäre geeignet, bei dem Bildungsstand, den wir hier innehaben in diesem Land, das zu tun und umzusetzen. Sachsens FDP-Europaabgeordneter Holger Kramer knüpfte an und widmete sich in seinem Vortrag den weltweiten Vorkommen an fossilen Energieträgern. Die USA beispielsweise werden in absehbarer Zeit völlig unabhängig von Erdöl und Erdgas aus dem Nahen Osten sein. Europa und Deutschland müssen achtsam sein, um nicht aufgrund der hohen Industriestrompreise an Wettbewerbsfähigkeit weiter einzubüßen, so der Abgeordnete. Europa muss aufpassen, dass es nicht zum Kohleabladeplatz der Welt wird, wenn wir so weitermachen und nur auf Erneuerbare setzen. Der Druck, der ökonomische, der Kostendruck dieser fossilen Energieträger wird auf die anderen Energieträger so groß sein, dass der Siegeszug gar nicht aufzuhalten ist. Der Umweltglauben in Deutschland sei längst Religionsersatz, definierte Spiegel-Kolumnist und Bestsellerautor Jan Fleischhauer. Der Ökologismus habe alle Merkmale einer Erweckungsreligion, Belohnungsglauben, Katastrophenglauben und Bekehrungserfahrung. Der grüne Glaube habe die Randgruppe längst verlassen und sei dabei, die eigentliche Staatsreligion in Deutschland zu werden. Die Fakten sprechen allerdings eine deutlich andere Sprache. Wenn man Fukushima als ein Erweckungserlebnis begreift, versteht man auch, warum die Energiewende mit solcher Entschiedenheit durchgesetzt wird. Als Ostererlebnis verstanden ist sie eben keine rationale Entscheidung politisch verantwortlicher Akteure, sondern vielmehr eine Art kollektiver, spiritueller Bekehrungserfahrung. Und deshalb laufen auch alle Hinweise auf die Kosten oder die Folgen für die Energiesicherheit unseres Landes ins Leere. Aber wie sieht es denn nun aus? Welche Alternativen stecken in den fossilen Energieträgern? Wie sensibel gehen Politiker mit dem Thema um? Wo müssen Nachbesserungen her? In der anschließenden Diskussionsrunde machten die Referenten auf die besondere Herausforderung aufmerksam und beantworteten Fragen zur Energiewende aus dem Publikum. Eines wurde in der Diskussion schnell klar. Die Begeisterung für den Ausstieg aus der Kernenergie wird auf längere Sicht verblassen. Das Thema war ja hier darauf hinzuweisen, dass man doch gewisse Zweifel haben kann, ob man dieses wirklich planwirtschaftlich in dem Maße steuern kann, dass es sinnvoll ist. Jedenfalls sind bislang alle Versuche der Planwirtschaft gestaltet weltweit. Eigenartigerweise gerade von einer Kanzlerin, die das ja erlebt hat in Ostdeutschland, hier doch der Versuch ist nochmal anders zu machen und auf diese Mittel zu vertrauen. Und ich glaube, es wird nicht gut gehen. Man müsse auf die Experten hören, so das Fazit von Holger Zastrow. Es gibt Dinge, die ein Politiker nicht beantworten muss. Wir brauchen eine Technologieoffenheit in unserer Gesellschaft. Und wir müssen nicht vorschreiben, welche Technologien zu erforschen sind und welche nicht. Sonst überlassen wir es schon den Fachleuten. Und für die Politik bedeutet das wiederum eine schnelle und entschlossene Reform des sogenannten Erneuerbare-Energien-Gesetzes und eine Neubewertung des Ausbaus regenerativer Energien.